Das ultimative Period Panty FAQ mit unserer ganz neuen Leak Proof Reha. Die erste und wichtigste Frage, was ist eigentlich so besonders an der Reha? Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass wir die Leak Proof Reha total hypen und das auch mit Grund. Denn sie ist weltweit die erste Seamless Period Panty mit Verschlüssen an der Seite. Ist die Leak Proof Reha auch für starke Perioden geeignet? Ganz klares Ja, denn sie ist so saugfähig wie vier Tampons, das heißt sie kann 20ml an Blut aufnehmen. Und das ist ungefähr so viel, wie du am stärksten Tag deiner Periode verlierst. Sie ist also perfekt für mittlere bis starke Perioden geeignet. Wofür sind eigentlich die Verschlüsse? Die Verschlüsse an den Seiten haben genau drei Gründe. Erstens, das macht es natürlich super einfach, die Leak Proof Reha auch unterwegs zu wechseln. Denn du musst deine Hose, Shorts oder Leggings nicht mehr ausziehen, sondern kannst ganz einfach die Verschlüsse an der Seite öffnen und sie so wechseln. Zweitens, das macht die Leak Proof Reha inklusiv. Denn durch die Verschlüsse können auch Leute, die im Rollstuhl sitzen oder in ihren Bewegungen eingeschränkt sind, ganz einfach ihre Period-Panty ohne viel Bewegung wechseln. Drittens, durch die Verschlüsse ist die Leak Proof Reha größtenverstellbar. Das heißt, wenn du zum Beispiel während der Periode ein aufgeblähtes Gefühl hast, kannst du sie einfach etwas weiterstellen. Und ich sage euch, das ist ein absoluter Game-Change. Kriegt man das Blut dann aus der hellen Farbe wieder raus? Der saugfähige Bereich der Panty ist, wie man hier sehen kann, schwarz. Und da die letzte Schicht des saugfähigen Bereichs ein wasserfestes Material ist, kommt das Blut mit dem jüdfarbenen Stoff gar nicht in Berührung. Hast du noch Fragen zu unserer ganz neuen Leak Proof Reha? Dann stell sie in den Kommentaren.